Ho ho ha ha! Bald ist wieder Zeit für die Lachrakete. Die kannst du natürlich das ganze Jahr über machen. Zum Geburtstag, zu allen Festitäten, die es gibt. Aber insbesondere zu Silvester. Umweltfreundlich, kostensparend, sozial verbindend, die Lachrakete. Ich mach dir einmal gerade vor, wie sie geht und dann mach doch mal bitte mit. Und zu Silvester, wenn du draußen bist, lade alle Menschen um dich herum ein, mitzumachen. Das macht ganz viel Spaß. Es geht los, dass wir mit den Füßen stampfen. Ho ho ha ha ha! Ho ho ha ha ha! Ho ho ha ha ha! Dann tief runter gehen und die Unterarme so umeinander herumwickeln, als würde man sich hochschrauben. Aaaaaaah! Dann ha 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 ha! Ha 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 ha! Ah, schön. Also stampfen, die Unterarme drehen, vor dem Gesicht kreisen und die Rakete in die Luft schicken. Es geht los. Ho ho ha ha ha! Ho ho ha ha! Ho ho ha ha! Noch einmal. Ho ho ha ha ha! Ho ho ha ha! Ho ho ha ha! Ho ho ha ha ha! Ho ho ha ha! Ho ho ha ha ha! Ho ho ha ha! Ha 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 ha! Mit guten Wünschen in das Universum schicken. Ha 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 ha! Und Glitzerstaub, ha ha ha! Kommt auf uns! Ha ha ha! Ja, diese Lachraketen bringen auch noch Glitzerstaub für uns. Ha 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 ha! Auch, dass alle unsere Wünsche im nächsten Jahr gut in Erfüllung gehen werden. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen!